Das hat super funktioniert, ist gut verheilt, war überhaupt keine... Das hat man mittlerweile, man sieht es eigentlich gar nicht mehr, ne? Nein, das sieht man gar nicht. Du hast schon wieder Streben unten am Bauch gekriegt. Das hat sich lauter so weiße Härchen da unten gekriegt. Das ist normalerweise ja nackig, ne? Aber wir haben auch Haare auf dem Bauch. Aber sie hat das wirklich so richtig weißen Pelz gekriegt. Ich weiß nicht, warum die einen Eichwasser reinstehen, weil der wurscht ist, ne? Nicht der nicht. Die meisten Respekte, die sind da überhaupt nicht so weit. Also erschwimmen die Eichwasser? Mhm. Aber Wasser von oben gegangen? Sie braucht es. Ich stelle sie rein, schwimmen sie wie ihr Ding, ne? Dass ihr oben noch was abkriegt. Denn das Wasser letztlich geregelt ist. Sie sehen, das ist ein Labrador drin, ne? Aber ab und rein hätte es. Sobald es warm ist, braucht es Wasser. Ich muss mich da reinstehen und runterziehen. Nur dann kann ich dich kennen. Also nur wo vieles Wasser ist, kann ich dann auch sehen. Wir denken, da war nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist das! Hier ist das. Das ist das Tier. Das lässt sich auch mal probieren. Bis dann ist das Tier.